Im ersten Teil von der Videoreihe über den Karakorum, wie die unglaublich hohen und schroffen Gipfel des Karakorums entstanden sind, warum der Karakorum so berühmt und auch berüchtigt ist und außerdem die große Frage, was den Karakorum eigentlich so einzigartig macht. Und dieses Mal geht es um die großen Fragen des Karakorums, warum der K2, so heißt wie er heißt, wie die Bergsteiger den Karakorum erstmals mit Besteigungen schmückten und warum der Karakorum bis heute eine spannende Herausforderung ist. Von unglaublichen Schicksalen hin zu faszinierenden Landschaften, das ist Berge im Porträt, der Karakorum Teil 2. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der K2 eigentlich K2 heißt und wo unterm Strich denn der K1 zu finden ist? Denn den K1 und auch weitere Berge in dieser Nummerierung gibt es wirklich. Bekannt sind sie aber den wenigsten. Der K2 wurde vom britischen Offizier Thomas George Montgomery 1856 erstmals vor weiterer Entfernung aus vermessen. Mit ihm zusammen aber eben auch andere erkennbare Gipfel des Karakorums. Das K steht also für den Karakorum und die Zahl dahinter für die Reihenfolge. Dem höchsten Berg in der Gebirgskette gab er die Bezeichnung K1. Jedoch war durch die Entfernung und Perspektive eins nicht klar. Der angeblich höchste Berg war eigentlich gar nicht der K1, der heute besser bekannt ist als der Mascherbrum, sondern der eben heute bekannte K2. Man könnte sagen, der K2 heißt wie er heißt, aufgrund einer Fehleinschätzung. Und auch die anderen K-Gipfel, also der K3, heute Broadpeak oder K4 und K5, die beiden Gascherbrumse? Egal. Dennoch nennen die Einheimischen den K2 in Teilen heute noch K2. Das zeigt vor allem, dass die Briten im Karakorum einen gewaltigen Einfluss ausübten, obwohl sie nicht die ersten waren, die den Karakorum entdeckten. Das gelang bereits Marco Polo, dem Entdecker und Reisenden, der schon 1274 am Karakorum vorbeikam. Es waren aber die Briten, die mit Sir Francis Young Husband und Co. erste Erkundungen der Gletscher durchführten. Dabei waren die Briten aber natürlich nicht für eine schöne Aussicht unterwegs. Es ging um die strategische Erkundung, um potenziell ergiebige Feldzüge vorzubereiten. Schließlich waren an diesen Erkundungsmissionen durchaus brutale Mörder und Verantwortliche für Massaker beteiligt. Die Berge waren also eigentlich Nebensache. In den Fokus des Bergsteigens rückte der Karakorum lange nicht. Warum? Ganz einfach. Die wichtigsten alpinistischen Leistungen im 19. Jahrhundert waren britische Missionen. Und die hatten vor allem demonstrative Motive. Oder um es etwas platter auszudrücken, keine Sau interessierte sich für Berge. Es ging um Machtspielchen und Einflusssphären, wie das Massaker von Tibet und die ersten Versuche am Mount Everest auch beweisen. Die zweite Reihe spielte da also keine Rolle. Oskar Eckenstein, ja, nachdem wurde tatsächlich die Eckenstein-G-Technik mit den Steigeisen benannt, war der erste Mann, der sich am K2 versuchte, nachdem dieser auch als der höchste Berg der Region bestätigt würde. Dabei wollte Eckenstein als erster Brite zusammen mit einer wilden Mischung aus starken österreichischen Bergsteigern und einem britischen Financier und einem Schweizer Arzt die erste Besteigung schaffen. Ob Können oder Zufall, das sei jetzt mal dahingestellt, ihren ersten Versuch starteten sie jedenfalls am Südostgrad, der heute auch noch als der Normalweg gilt. Diesen Versuch brachen sie zwar ab, haben aber mit ihrer Dokumentation den Grundstein für erfolgsträchtige Versuche am K2 gelegt. Dabei entstand auch ein mehr oder weniger berühmtes Bild, die erste Fotografie des zweithöchsten Berges der Welt, des K2s. Währenddessen passierte aber auch abseits des zweithöchsten Gipfels der Welt so einiges. Die Erkundung der Gletscher hat zwar nichts mit Erstbesteigungen zu tun, war aber dennoch ein Hauptaugenmerk. So entstand hier die mitunter längste Gletschersystematik der Welt abseits des Polargebiets. Die riesigen und langgezogenen Eismassen ermöglichen einen relativ unbeschwerlichen und sicheren Transit innerhalb des Karakorums. Während anderswo Wege befestigt, verschüttet oder verschwunden sind, war das ewige Eis ein Garant für schnelle Erkundungen selbst im 19. Jahrhundert. Doch damit bleibt auch der größte Nachteil des Karakorums omnipräsent, die Abgeschiedenheit. Eine Expedition in den Karakorum kann gut und gerne mal zwei Monate oder noch länger dauern. Vor allem die Anreise zu Fuß ist für sich allein schon ein Kraftakt, der Geduld und Leidenschaft für die Region erfordert. Die Reise zum Concordiaplatz, dem Treffpunkt von Baltero-Gletscher und Godwin-Austen-Gletscher, ist eine eigene Tracking-Reise für sich und verläuft über weite Teile auch auf diesen Gletschern. Und manche von euch fragen sich zu Recht, ob diese Gletscher eigentlich im gleichen Ausmaß unter der Klimaerwärmung leiden wie die Pasterze, der Aletsch-Gletscher und Co. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Das liegt vor allem an der enormen Grundhöhe dieses Gebirges. Über 50% des Karakorums liegen über 5000 Meter Meereshöhe. Das führt dazu, dass die Gletscher langsamer abschmelzen und die flache Neigung der Täler die Gletscher langsamer werden lässt. Insgesamt 16.000 Quadratkilometer sind heute im Karakorum vergletschert. Neben dem K2 gibt es natürlich eine Vielzahl berühmter Berge, die über die Jahre bestiegen wurden. Die 8000er Gashabrum 1, Gashabrum 2 und Broad Peak waren hier natürlich ebenfalls im Fokus. Was letztlich dazu führte, dass es viele Berge auch nie ins Rampenlicht geschafft haben. Der Shispare und der Rakaposhi sind Berge, von denen noch kaum jemand gehört hat und die auch ähnlich viele Besteiger haben. Nun muss man an dieser Stelle aber 1 und 2 auch zusammenzählen. Die Berge des Karakorums, so schön und gewaltig sie für einen leidenschaftlichen Bergsteiger auch wirken mögen, sind weit weg. Sehr weit weg. Selbst wenn man wirklich nah dran steht. Die einzige Möglichkeit, in die Tiefen des Karakorums einzudringen, ist die Hunza-Region. In der Hunza-Region selbst lebt das eigene Volk der Hunzukutsch. Die Hunzukutsch, die gern auch fälschlicherweise als Hunza bezeichnet werden, sind ein wenig mit den Sherpas zu vergleichen. Die Hunzukutsch leben heute im Gegensatz zu vielen Sherpas nicht ausschließlich vom Tourismus. Jedoch versuchen sie, die Tourismusbranche auch in Nepal mittlerweile deutlich aufzumischen. Schließlich sind auch sie nichts anderes als ein Bergvolk, das mit äußerst großen Naturgefahren äußerst geschickt umgehen kann. Und die Höhe durchaus auch gut wegsteckt. Selbst in Nepal fragt man mittlerweile nach diesen Hunzas. Die Expeditionsbranche ist in Hunza allein jedoch nicht wirklich groß genug. Daher heuern viele auch als LKW-Fahrer an, um Waren zu im und exportieren. Nämlich nach Xinjiang. Für China ist Pakistan nämlich noch immer einer der wichtigsten lokalen Handelspartner. Und genau das führte letztlich zum berüchtigten Karakorum Highway. Der wohl abenteuerlichsten, gefährlichsten und auch spektakulärsten Passstraße der Welt. Eine Verbindung von Pakistan und China und auch eine Eintrittskarte in den Karakorum. Wer Biafogletscher, Hispahgletscher, Baltorogletscher und Co. sehen will, der muss sich der Mutprobe einer der gefährlichsten Straßen der Welt stellen. Doch was macht den Karakorum Highway eigentlich wirklich gefährlich? Es ist eine Kombination aus Naturgefahren und fehlender Infrastruktur. Eine explosive Mischung. Der Highway verläuft zu beachtlichen Teilen als Querung extrem hoher Berge. Diese Berge sind aufgrund ihrer Lage nicht vegetationsbedeckt. Außerdem verdammt brüchig. Das führt immer wieder dazu, dass riesige Felsbrocken unangekündigt auf die Fahrbahnen krachen. Und dabei im besten Fall den Weg versperren, im schlimmsten Fall Busse wie Bowlingpins in die Tiefe stürzen. Fangnetze, Befestigungen oder Steinschlagschutz ist am Karakorum Highway sowas wie eine absurde Utopie. Zugleich bleiben die Straßen an den gefährlichsten Gebirgsstellen ohne Asphalt. Der Schotter und lose Sedimentaufbau des Straßenfundaments kann dabei bei Überflutungen, Starkregen oder der ständigen Erosion auch gern mal einstürzen oder wegbrechen. An vielen Stellen ein Todesurteil. Dieser beschwerliche Weg und eine weite Trackingreise im Anschluss sorgen dafür, dass die Gipfel letztlich immer hinter den berühmten Gipfeln des Himalajas oder der Rocky Mountains stehen werden. Völlig egal, wie hoch oder spektakulär sie sind. Der Karakorum braucht sich also im Gegensatz zu anderen Regionen wie Tansania, Alaska oder Nepal nicht vor einem wachsenden Tourismus in enormen Ausmaßen fürchten. Die Verhältnisse werden nämlich immer einfach bleiben. Denn der Aufwand dort einen strategischen Massentourismus aufzubauen, der wäre wohl groß genug, um als Side-Project Pakistan zum Reichtum zu verhelfen. Also ein völlig illusorisches Projekt. Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle noch eine persönliche Note einbringen. Der Karakorum ist für mich persönlich das mit Abstand schönste Gebirge der Welt. Nirgends stehen steile Felsflanken und riesige Gletscherfelder so nah aneinander, nebeneinander. Vor allem in diesen größten Dimensionen. Diese Kombinationen aus Superlativen lässt den Atem stocken und zeigt, dass die Natur und all ihre Prozesse und Systeme absolut gewaltig sind. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt das Video jedenfalls mit jemandem, dem der Karakorum auch gefallen könnte. Vielleicht gibt es unter euch auch den ein oder anderen Abenteuer mit der Idee, in den Karakorum zu reisen. Schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil! Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch!